Darf ich im Museum etwas herauslegen? Kennen wir, oder? Eine Flasche Bier wäre doch sonst etwas. Ich lehre auch mit einer Flasche einen Zäubertrick. Wann haben wir es interessiert. Ist das etwas? Das Einzige ist eine Bierflasche. Ihr habt im Museum genug. Und dann braucht ihr noch so einen Beutel. Den findet ihr in einer Fruchtabteilung für euren Lebensmittelschaft. Funktioniert jetzt relativ einfach. Die Flasche kommt hier in der Beutel ein. Ungefähr in die Mitte. Wenn man sie jetzt verschwinden will, muss man zwei Dinge machen. Es ist ein Schnippen. Und einen Finger dran. Dann verschwindet die Flaschen komplett. Und... Spurlos. Teil 1 vom Trick. Teil 2. Umkehren. Schnippen. Und... Die Flasche ist wieder zurück. Ich erkläre es, ich erkläre es. Schaut! Die Flasche kommt hier in die Tasche an mich. Und jetzt müsst ihr zwei Dinge machen. Schnippen, das ist rein, um meine Zuschauer ablenken. Was wirklich wichtig ist, ist der Aufprallwinkel vom Finger. Die Flasche verschwindet komplett und... Spurlos. Gut, ich weiss nicht was ihr habt, aber ich persönlich finde es relativ gut. Aber lieber, das lasse ich. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche.